ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Für uns ist es wirklich etwas sehr gut, wenn wir nur einen Tag haben, um Deutsch zu sprechen, ist es für uns etwas sehr motivant. Ja, wir sollen normalerweise nur auf Deutsch sprechen und das wird uns erlaubt, um die Prüfung zu bestanden. Ja. So nehme ich den Ausflug. Ich frage nicht, ich wollte nur etwas erklären. Wie Herr Mann schon gesagt hat, dieser Ausflug hilft dazu, unseren Studenten sich auf Deutsch auszudrucken, auch ein Teil oder ein Bestandteil des Moduls Sprechens vorzubereiten. Dabei sollen sie nur auf Deutsch sprechen. Das ist für uns eine riesige Herausforderung, die wir niemals genommen haben. Und ich hoffe wirklich, dass diese Herausforderung wird im Deutschlandsinstitut ewig dauern. Vielen Dank. Also, was kann ich sagen? Nein, der Ausflug ist sehr neu für unser Zentrum. Wir möchten erstmal diesen Ausflug probieren und dann die anderen werden uns noch einmal imitieren. Ja, es ist das erste Mal. Ja, es ist das erste Mal. Ja. Ja. Also, ich frage mich. Hallo, Tschüss. Tschüss. Ja. 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 Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Was ist ein? Ja, ja. Jetzt geht's. Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein. Ich bin. Jeden Abend geht die Mini in die Aja um 18, aber niemals ohne Feuer an den Fischerstrand zu gehen. Keine Götter, keine Schiller, kurz aus dem Schrank heraus, nein einen super harten Triller zu sich mit mir ab. Woh! Musik ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Hallo, bitte, ich brauche meine letzte Gilderung. Ich nehme es leider nicht. Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Sehr schön. Ganz toll. Wir müssen immer zusammenlaufen, zwecks einer Sicherheit. So, wenn Sie an dem Strand gehen wollen, Sie sollen unbedingt zusammenlaufen. Ich zeige nur, ich sage nur, die Sehnwichtigkeiten zeigen. Ja, es gibt einige Sehnwichtigkeiten, von denen Sie schon gehört haben, Debacadere und sogenannte Debacadere. Die Zone ist nicht mehr in Sicherheit. Sie sollen nicht mehr in Sicherheit sein. Sie sollen nicht mehr in Sicherheit sein. So, von diesem Gebiet an, Sie sind nicht mehr unter Sicherheit. Sie sollen nicht mehr in Sicherheit sein. Sie sollen nicht mehr in Sicherheit sein. Wir sind in Kribi. Wir sind in Kribi. Der Phänomen ist in Adwala. Kribi ist eine Stadt, die sich entwickelt. Sie entwickelt sich in allen Bereichen. Also, die Leute, die in Adwala sind, sie sind in Kribi. Sie sollen die Operation machen. Sie sollen immer in 4 oder 5 Jahre sein. So, Kribi ist eine Stadt, die sich noch entwickelt. Deswegen gibt es auch hier in Kribi Leute, die Personen wegnehmen können. Ja, aber deswegen ist es noch wichtig, dass wir immer zusammen laufen. Immer. Wenn du jemanden hast, wenn du jemanden hast, dann sagst du, sie wird dich proteger. Die Hand ist gut. Du weißt dann, sie wird sich gut. Wenn du etwas hast, um sich zu schützen, dann vielleicht sie haben etwas bekommen und es wird gesagt, also, diese Dreh wird sie schützen, dann vielleicht sollen sie das weg lassen. Ja. Hier ist das Meer nicht sauber, aber hier ist das Meer ganz normal. Es gibt nichts komisches. Ja. Aber wenn sie drin fallen und dann bestimmen sie dann jeden Tag, dass wir sie hier am Strandofer zurückbringen. Bon, vous applaudissez. Vous direz, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, merci. Danke, 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 danke. like, danke. Wir sind hier am Strand gekommen, um unser Leben zu genießen. Das Leben ist nicht nur zu spielen, sondern auch zu lernen. Naja, aber etwas Schicksal, um unser Leben zu genießen, ist ein Strand. Ja. Wie Iwas? Ja. Und nach der Entspannung müssen wir zu Hause gehen, um etwas gemeinsam zu planen. Ja. Wie kann man unseren Ausflug im Kredit berichten? Oder was kann ich sagen? Was ist das? Da geht's! Da geht's! Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Drei, zwei, drei! Das ist der Fall! Eeeh! Eeeh! Jaa! Hey! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 und lassen wir unser Leben, lassen wir unser Hunger in Deiner Hand. In dem Namen des Allmächtigen Gottes haben wir alles gegeben. In dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ich möchte euch die lokale Speise darstellen. Das ist ein Repas, sehr, sehr sacrifisch. Das ist sehr wichtig für uns. Das spielt eine große Rolle für uns. Tut mir leid, ich weiß, dass es für euch sehr teuer war. Ich kann euch erklären, wie man es kocht. Das ist nicht so schwierig. Nicht schwierig ist es. Juste le piment. Man braucht noch die Paprika. Die Paprika. Ja, die Paprika. Man behandelt diese Paprika mit Stein. Er hat ein sel. Er hat ein salz. Er hat ein citron. Er hat ein titer. Er hat ein Wasser. Ihr wisst, dass Kribi eine sehr, sehr gute Stadt ist. Also wissen Sie, die Lebensbedingung in Kribi ist sehr hoch und teuer. Hier ist 8 kg. Hier sind 4,530 kg. Dieser Fisch, den Sie sehen, ist sehr kostenlos. Das ist 8 kg. Und wie viel? 4,5 kg. 4,5 kg. Wenn Sie in Kribi einen Spaß haben kommen, sollen Sie so viel Geld sparen? Ich wünsche Ihnen viel Appetit. Und ich wünsche Ihnen auch viel Appetit. Vielen Dank. 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 Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen. Vielen Dank. 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 Ich bin in Kribi zur Zeit. Ja, gestern haben wir eine gute Nacht verbracht und es war sehr interessant. Wir sind an den Schranken um uns zu entspannen. Ja, wir haben Fußball gespielt und es war sehr, sehr, sehr wunderbar. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich heiße Isungalle. Ich bin Student im Deutschen Einfachinstitut seit vier Monaten. Jetzt sind wir in Kribi um sich zu entspannen. Ja, wieso? Wie Sie ja wissen, Deutsch lernen wie Fremdsprache ist ein bisschen schwierig zu lernen. Ja, manchmal waren wir ein bisschen entspannen. Ja, es ist der Grund, warum wir sind entspannen. Ja, es ist der Grund, warum wir sind entspannen. Ja, es ist der Grund, warum wir sind entspannen. Ja, es ist der Grund, warum wir sind entspannen. Ja, es ist der Grund. Gute Morgen. Ich heiße Mecon Tupol Anon. Ich bin Student vom Deutschen Einfachinstitut. Wir haben einen Aufschluss nach Kribi organisiert. Was ist ein Aufschlussbezüge? Ich bin sehr froh. Gestern haben wir einen guten Abend gebracht. Und jetzt bereichert uns, um ein Frühstück zu nehmen. Ja, guten Morgen, alles zusammen. Ich bin der Siebasi-Sefa-Wilfried-Pierreiß hier. Seit morgen sind wir in Kribi angekommen, um uns zu entspannen. Und haben wir uns entspannen und haben uns bequem gemacht. Jetzt sind wir um den Tisch herum, um etwas zu essen. Jetzt solltet ihr frühstücken und ich freue mich schon darauf. Also, guten Morgen, ich heiße Siliki Lehn. Seit gestern Morgen sind wir in Kribi. Und ich finde das sehr, sehr, sehr interessant und angenehm. Wir haben auch viele Typigkeiten seit gestern gemacht. Und das heißt, ein bisschen Spatschagang. Wir haben auch Schwimmen mit den anderen. Und ich finde das sehr gut. Also, ja, guten Morgen. Ich bin mit dem Ilungatek-Lehr Linda. Ich bin Studentin im DEI-Institut. Ja, jetzt sind wir in Kribi, eine schöne Stadt in der Nähe von Douala. Ja, wir sind hier, um das Leben zu entspannen. Ja, wir haben einen schönen Ausflug organisiert. Und wir sind hier, wir sind froh, sehr froh, dass die Landschaft ist sehr angenehm. Ja, guten Morgen. Ich heiße Ateli-Fak-Difak Daniela Joel. Und ich bin eine Studentin im DEI-Institut. Gestern haben wir hier in Kribi so viele Tätigkeiten gemacht. Und mein hoher Punkt war, wenn wir die sogenannte Ibanja gegessen haben. Und heute beschäftigen wir mit dem Frühstück. Und ich bin schon darauf. Ich freue mich schon darauf. Hallo, ich bin Cuemo Raphael. Ich bin Studentin vom DEI-Institut. Besonders die Landschaft hat mir besonders gefallen. Jetzt sollen wir normalerweise unser Frühstück nehmen, wie sie dabei sind. Wir sind schon müde. Wir brauchen etwas essen. Das Lied Freude Schöner, die wir alle wissen. Freude Schöner Götter Funken. Eins, zwei, drei, los! Freude Schöner Götter Funken, Doktor aus Illusion. Wir betreten Feuer trunken, ebliche, dein Heiligtum. Deine Zauber, wie denn wieder, was die Mode sprengelt hat. Alle Menschen werden Brüder, wohnen auf der Flügel. Deine Zauber. Deine Zauber, wie denn wieder, was die Mode sprengelt hat. Alle Menschen werden Brüder, wohnen auf der Flügel. Deine Applaus für Sie. Wunderbar. Deine Zauber, wohnen auf der Flügel. Hey Manni, wie geht's dir? Nein. Wie geht's dir? 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 Untertitelung des ZDF, 2020